Guten Abend, liebe Damen und Herren, wenn Sie erlauben, sage ich ein paar Worte zu diesem Programm, das, was jetzt nicht in Ihrem Programm möchte stehen. Unser Programm ist eine Chor-Komposition von besten ukrainischen Beispielen der Chormusik von Klassikern und zeitgenössischen ukrainischen Komponisten. Das Programm besteht aus vier Teilen, die eine nach dem anderen folgen und eine ganzheitliche Komposition bilden. Das ist die Musik über uns, über unser Land, über unsere Menschen und über unsere Geschichte. Über das Leben, über den Glauben, die Liebe und die Hoffnung und über den Kampf für den Sieg. Ich bin in dieser Musik und hoffe sehr, dass Sie, die hier sind, sich auch in dieser Musik finden können. Danke. Applaus 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 Amen. 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 Schöne, Gott, 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 Gott. Musik 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 ZANG EN MUZIEK 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 Schöpfe. Amen. 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 ZANG EN MUZIEK 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 Amen. Садок, мышнеры, плотатку, Руссина, мышнеры, Локалистку, лаврый путь, Спевают, и мочи, и мча, А возбили, и мчели, и мчели. А возбили, и мчели, и мчели, И мчели, и мчели, и мчели, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen.